Vielen Dank, Stefan Reto, für diese Plattform. In meinen Ausführungen geht es ausschliesslich um Beispielen aus der öffentlichen Beschaffung. Sie werden sich teilweise wiederfinden. Ich habe das Glück, direkt vor dem Mittagessen mein Kurzreferat zu halten. Das ist wunderbar, ich habe somit unendlich lange Zeit für dieses Kurzreferat entsprechend auch auszudehnen. Ich spreche über Design Thinking, ich spreche über Anforderungserhebung. Dazu ist noch nicht alles gesagt, auch wenn man das meinen könnte. Und ich spreche, wie das Ganze zusammengebracht wird und möglicherweise auch Einfluss auf die Zukunft der IT-Beschaffung im öffentlichen Beschaffungswesen hat. Ja, was legitimiert mich hier vor Ihnen zu sprechen? Ich unterrichte im oft erwähnten CAS, ICT-Beschaffungswesen von Matto Stürmer an der Uni Bern. Ich unterrichte im BBL auch im Rahmen dieser Grundausbildung öffentliches Beschaffungswesen. Ich darf zusammen mit Wolfgang Straub diese neuen Roundtable-Formate moderieren. Ich bin diplomierter systemischer Coach, betrieblicher Mentor mit Fachausweis und kenne die Anbieter, Berater und Ausschreiberseite sehr, sehr gut. Mit dem habe ich auch gesagt, dass ich ein ziemlich alter Sack bin und seit Mitte der 80er Jahre in diesem Thema mich rumtummle. Ja, wir haben echte Folien, nicht nur Flitscharts, wir haben nicht nur Folien, wir haben da auch etwas gemacht dazu in der Vorbereitung. Es war sehr inspirierend. Design Thinking, es ist nicht ein Prozess, es ist eine Haltung. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das einfach jetzt gleich geklaut. Es ist eine Haltung. Es hat sehr viel mit Agilität, mit Beweglichkeit, mit Improvisation zu tun. Ich habe Design Thinking beim Kollegen Andy Amsler gesehen. Ich habe auch bei meinen Vorredner Ansätze von Design Thinking gesehen. Ich denke, es ist nicht etwas Neues. Ursprung kann ich jetzt etwas in der Vergangenheit graben. Da gab es Ingenieure, es kommt von Ingenieuren, die Produkte entwickeln, die Produkte entwickeln müssen. Und diese Ingenieure, die sind in Stanford, Kalifornien zu Hause. Da gibt es verschiedene Geschichten. Und was mich spannend dünkt, ist die Ingenieure, die denken, wenn sie sich an eine Produktentwicklung machen oder an eine Lösung, an eine Aufgabe gehen, die denken nicht an Geld. Die denken auch nicht an Optimierung der Produktionsbedingungen. Die denken an was? Die denken an den Nutzen. An den Nutzen für wen? Für die Nutzerinnen und Nutzer. Und das ist eigentlich das Erste, was ich Freude habe, wenn ihr das mitnehmt. Design Thinking als Haltung. Design Thinking als den Mensch im Zentrum haben. Kompromisslose Orientierung an der Aufgabe, kompromisslose Orientierung am Menschen. Das ist die eine Seite. Für mich ist es eine Werkzeugkiste, wo einfache, lernbare, taugliche Methoden angewendet werden, um alte Pfade zu verlassen. Alte Pfade verlassen, ein ganz heikles Thema im Bereich der öffentlichen Beschaffung. Wagen wir es. Neues Terrain. Wir werden richtig gezwungen, den Dialog aufzunehmen mit allen beteiligten Menschen. Wir werden kommunizieren. Wir tauschen aus. Es fördert eigentlich das divergierende und mehrdeutige Denken. Und das ist ein Abbild der heutigen Zeit. Wir haben, ich habe das vorhin auch gesehen, wieder gedacht. Wir haben diese unsicheren, diese schnelllebigen, diese ambivalenten Zeiten, bekannt auch unter VUCA. Es gibt ja für alles immer ein schönes, neues, ein Namensschild. In dem Sinne ist Design Thinking durchaus ein philosophisch-kulturelles Thema. Und das macht das Ganze auch spannend. Etwas Theorie gibt es trotzdem. Dieser Mikrozyklus ist eigentlich der anerkannte Prozess. Hat relativ viel, nicht Prozess, eigentlich Darstellung, wie Design Thinking angegangen werden kann. Und das hat sehr viel wieder mit Agilität zu tun. Mit agiler Scrum-Entwicklung, mit Umsetzung von Projekten, wie sie es tun. Wie es Reto und Stefan seit mehreren Jahren auch propagieren und leben. Wir haben andere Spezialisten. Ich gucke jetzt um Wladimir. Verstehen. Wir wollen den Markt verstehen. Wir wollen die Aufgabe verstehen. Das Problem verstehen. Die Kundinnen, Kunden, die Kriterien. Aber auch die Rahmenbedingungen. Wenn ich etwas nicht verstehe, wie kann ich dann etwas bauen. Ich habe vor ein paar Wochen einen riesengroßen, interessanten Auftrag verloren, weil einer der Beteiligten, es war eine grosse Moderation mit zwei Parteien, hat mir gesagt, Ja, aufgrund Ihrer Fragen, machen Sie mir einen etwas problemorientierten Ansatz. Ich habe das schade gefunden, dass ich nicht den Auftrag kriegte, aber ich habe es toll gefunden, dass er mich so gut verstanden hat. Wie will ich eine neue Lösung bauen? Ich muss ja gar keine Lösung bauen, wenn es kein Problem gegeben hat unter Umständen. Also, ich möchte verstehen, was ich Ihnen gesagt habe. Und das mache ich eben nicht im Labor. Das mache ich eben nicht in meiner Mikrowelt. Ich schicke nicht ein Mailing raus und sage, bitte, nennt mir eure Anforderungen. Wir haben dann im Sinn, eine neue Lösung zu designen. Das machen wir eben direkt am Arbeitsplatz in realen Situationen. Wir beobachten, versuchen zu analysieren, wie heute gearbeitet wird. Das Verhalten der Nutzer in realen Situationen ist völlig etwas anderes als die Arbeit im Labor. Die ist auch gut, aber vielleicht nicht in diesem Thema, wo wir uns jetzt gerade damit beschäftigen. Wenn ich das dann verstanden habe, beobachtet habe, analysiert habe, bringe ich das gleich an die Oberfläche. Das heisst, ich schreibe eben nicht tagelang Berichte, wie wir von Mirko gehört haben. Wir visualisieren das auf, er hat mir schon ein bisschen die Pointe gestohlen mit seinem schönen Lean Canvas. Also, das ist ein sehr taugliches Instrument für etwas darzustellen aus dieser Erfassung. Wir visualisieren das Gelernte als Grundlage, wir bewerten das dauernd. Immer sagen die Leute, nicht sofort bewerten, wir müssen zuerst alles wissen. Wir bewerten ja alle. Wir bewerten zum ersten Mal, wenn wir aufstehen, nämlich wenn wir rausschauen, schauen wir uns das Frühstück. Wir können gar nicht anders. Wir bewerten das Ganze, wir optimieren das wieder. Immer iterate, 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 wie das die Engländer gesagt haben, wie uns Andy das vermittelt hat im Plenum. Und dann testen wir. Und da sind wir in der Agilität, da sind wir bei Scrum. Und glauben Sie mir, dieses Verfahren funktioniert wunderbar, egal ob Sie ein Kinderspielzeug designen und entwickeln möchten, oder ob Sie ein Design für eine App, eine neue Softwarelösung überlegen, oder ob Sie ein Startup unterstützen bei seinem Geschäftsmodell, oder wie ich jetzt ganz aktuell dran bin, an einer Nachfolgeregelung bei einem kleinen Softwareentwicklungshaus. Also das ist wirklich eine interessante, gute Geschichte. Das war etwas über Design Thinking, Anforderungserhebung. Heute in der öffentlichen Verwaltung. Ja, Requirements Engineering und Anforderungsverhaltung ist nicht eine losgelöste Disziplin. Mir passiert das relativ oft, und das nervt mich, dass wir ein tolles Kernteam bilden, dass wir eine tolle Anforderungserhebung machen, dass wir das in eine schöne Dokumentation, Pflichten, Lastenheft gießen, und dann irgendwann gibt es sogar einen guten Zuschlag, aber dann übergeben wir die ganze Geschichte. Und stellt euch vor, was in diesen Tagen bei Mirko, was in diesen Monaten, sind wir ehrlich in der öffentlichen Beschaffung, was da alles an Wissen angehäuft wurde. Bei den Einkäuferinnen und Einkäufern, bei Ihnen, auch bei den Juristen, die diesen Prozess begleiten, aber vor allem auch bei den Fachleuten, die hoffentlich mit einbezogen worden sind. Das muss überhaupt nicht so sein, leider. Das gibt es heute immer noch. Dieses Wissen einfach so aufzugeben, sagen, wir haben eine lupenreine Beschaffung gemacht, wir haben einen Zuschlag, und jetzt, nur der Main bei uns im Emmental. Nein. Schauen wir doch, dass wir möglichst viel weitergeben können, und auch da kann diese Methode sehr tauglich sein. Was geschieht normalerweise? Man überlegt sich, wie machen wir die Anforderungserhebung, wie schreiben die wir runter? Gibt es da irgendwie, meistens ist es ja Excel, es gibt aber auch ganz viele andere Tools, das ist stellvertretend da, ein paar Muster. Aber mit diesen Tools, die müssen zuerst ausgewählt, möglicherweise Lizenzen gekauft werden, möglicherweise müssen die Leute geschult werden, und da sind wir wieder beim Zeitfaktor. Es soll alles rasch gehen. Wir wollen agil sein, wir wollen beweglich sein, wir sind motiviert, die ganze Sache ist angekickt, wir sind eigentlich dran, mittendrin, und dann machen wir eigentlich Dinge, Dinge, die die Damen und Herren, die Kai 10 kennen, als Verschwendung anschauen. Was nützt es mir, Menschen in einem Anforderungserhebungstool zu schulen, wenn die das in ihrer Karriere vielleicht ein bis zwei Mal machen? Verschwendung. Wir wollen uns an den Aufgaben orientieren, wir wollen für die Nutzer da sein und etwas Schlaues beschreiben. Auch die Idee von den Best Practices, wenn ich jemanden frage, was brauchst du, wir wollen diese Software ersetzen, wir gehen nach Best Practices vor, ich wünsche mir nicht mehr vom Gleichen. Ich suche Wege, wo wir möglicherweise diese grossen Legacy-Systeme, sie sind heute auch schon erwähnt worden, diese Monolithen, aufbrechen können. Vor rund acht Jahren habe ich mich bei Microsoft ganz stark in die Nesseln gesetzt. Ich war damals da beschäftigt und ich habe ihnen gesagt, die ganze Dynamics-Geschichte, AX, SAP und Oracle, vergesst das, das wird alles aufgesplittert, diese Monolithen wird es nicht mehr geben. Wir werden Microservices haben, wir werden kleine Elemente haben, Apps, die möglicherweise über eine Middleware, möglicherweise anders miteinander agieren und dann zu einem grossen Ganzen führen. Ich bin grandios gescheitert mit dieser Idee. Vielleicht war ich auch einfach zu früh. Wir werden es sehen. Es gibt positive Ideen. Schaffen wir also neue Möglichkeiten und es sind eigentlich immer die Menschen, die das gestalten. Das habe ich geklaut, aber so habe ich oft gearbeitet. Ich konnte für die Post verschiedene Dinge machen und es war wirklich enorm inspirierend, die Leute zusammenzubringen, nicht gerade in einem Brain Gym, wie es die Swisscom hat. Wir haben irgendwo natürlich wieder adäquate Räume gemietet, aber die Leute haben am Flipchart gearbeitet und die Leute haben miteinander gearbeitet, die vielleicht wussten, dass es die eine oder den anderen schon gab und dass die vielleicht etwas dazu beitragen können. Wir haben da sehr geöffnet. Wir haben wirklich Leute mitgenommen, die vielleicht ein ganz kleiner Teil dazu beitragen konnten, haben aber die auch nicht tagelang beschäftigt. Also da haben wir insgesamt vielleicht, weil es war ein riesengroßes Projekt, was ich jetzt gerade im Kopf habe, wir haben da möglicherweise drei Tage Anforderungen erhoben über die ganze Schweiz. Eine ganz spannende Geschichte und wir haben bereits einen Spirit kreiert, der dann letztendlich auch im Projekt ganz zu viel Gutem geführt hat. Begleiten wir also mit diesem, früher hat man auch gesagt, Thinking out of the box, heute fassen wir das unter diesem Design Thinking zusammen, führen wir diese Idee weiter und begleiten wir mit dieser Methodik vielleicht unseren Weg. Diejenigen, die schon bei mir in Kursen waren, es sind zwei, drei, vielleicht mehr darunter, die wissen, dass ich gerne Experimente habe und ich zeige das jetzt hier trotzdem. In unserer Welt der Anforderungserhebung, wenn diese beiden Kollegen offensichtlich ein Problem haben, es geht nicht weiter und ich frage sie, liebe Kollegen, was müssen sie über den Graben legen, um weiterzukommen? An was denken sie? Behalten sie es für sich? Wenn ich aber die Frage anders stelle, wie können sie das offensichtlich vorliegende physische Hindernis überwinden? Vielleicht kommt auch der Balken. Vielleicht kommt aber die Idee, das zuzuschütten. Vielleicht kommt die Idee, weiterzugehen, bis der Graben natürlich schon überwunden ist. Einer hat mal gesagt, ich beame mich darüber oder ich rufe den Helikopter. Was merken Sie? Was mag ich? Ich mag nicht diese deterministische Haltung in der Phase der Anforderungserhebung. Damit schliesse ich mögliche kreative Lösungen aus. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir dürfen improvisieren, haben wir gelernt. Und das ist für mich klassisches Design-Thinking. Die Analogie zur Anforderungserhebung, die überlasse ich Ihnen. Es ist mir nicht so schwer gefallen. Wir orientieren uns an der Aufgabe. Wir orientieren uns an den künftigen Nutzen. Möglicherweise sind uns natürlich unsere menschlichen Unzulänglichkeiten aber auch im Weg. Das kann ja sein. Es gibt immer Gründe, eine Aufgabe nicht in Angriff zu nehmen. Es gibt immer Gründe, ein Projekt zu verschieben. Und wir sind ja alle eigentlich gut erzogen, in Sicherheit zu denken, möglichst alle Nebenschauplätze abgeklappert zu haben. Und, naja, ich habe es schon einmal gesagt, als ich da auftreten durfte, ich stelle halt in der öffentlichen Verwaltung doch eine gewisse Fehlervermeidungskultur fest. Das heisst, ich tue etwas lieber nicht, als es falsch zu tun. Das ist eine grosse Aufgabe, das zu überwinden. Praktisch wie der Graben da. Das ist gar nicht so einfach. Ich mache mich überhaupt nicht lustig. Ich weiss, was das bedeuten kann. Aber trotzdem denke ich, es ist ein bedenkenswerter Ausspruch, eine Aussage. Und das natürlich auch. Aber denken wir oft, wie wir selber schon Skeptikerinnen waren. Und als es dann gut kam, High Five, hatten wir doch Spass. Warum haben wir es nicht getan? Es ist ein bisschen diese schweizerische Mentalität. Tun wir es. Es ist ein paar Beispiele, kommen wieder sofort in den Sinn, als ich mir das überlegt habe, wie und wo durch Zufälligkeiten und möglicherweise sogar Fehler, einige bahnberechende Entdeckungen gemacht wurden. Ihr kennt die Geschichte von Penicillin, als der Kollege seinen Arbeitsplatz unaufgeräumt verlassen hat. Als er zurückkam, ist ein Pilz entstanden, der die Bakterien kaputt gemacht hat. Es gibt die Geschichte von anderen Pillen. Post-it ist eine interessante Geschichte, ein untauglicher Klebstoff, hat jemand aus Papier geschüttet. Und der Rest der Geschichte, 3M, hat gut verdient. Und dann gibt es die Geschichte vom Herr Goodyear, der Kautschuk, Blei und Schwefel auf eine heisse Platte nicht gewollt, ungewollt verschüttet hat und so die Vulkanisierung eigentlich von Gummi erfunden hat. Und die Autopnoe, diese werden immer noch genau so hergestellt. Also das ist wahrscheinlich auch Design-Thinking. Mut tut gut, sage ich gerne. Natürlich, es geht immer noch um Wünschbarkeit, um Wünschen bei der Anforderungserhebung. Es geht um Wirtschaftlichkeit, nicht zuletzt, selbstverständlich. Und es geht auch um den Werkzeugkasten, um die Machbarkeit. Das bleibt, das wird auch in der Zukunft der IT-Beschaffung der Fall sein. Das können wir nicht einfach so verändern. Betrachten wir aber vielleicht ein paar bewährte Methoden aus dieser erwähnten Design-Thinking-Kiste, die uns möglicherweise weiterbringen. Und da komme ich jetzt wirklich auf Dinge, die ich immer wieder ausprobiere. Wenn ich schon die ganze Zeit von der Orientierung nach Aufgaben spreche, wenn ich die ganze Zeit von Orientierung an Menschen spreche, bereits zu diesem Zeitpunkt, dann meine ich das ganz ernsthaft. Also ich habe gehört vom Roger, dass er jetzt von T-Menschen spricht, nicht mehr von den Fachspezialisten, von den Fachtubelis, die blau wie sie sind, alles über ein bestimmtes kleines Thema oder auch ein grosses Thema aufsagen können, aber die links und rechts nicht wissen, was in der Welt sonst noch so geschieht. Und wenn wir die Dimension der Anforderungserhebung ausdehnen und nicht nur eigentlich Zuschlagskriterien auflisten, sondern dass wir uns wirklich in die Perspektive der künftigen Benutzer verändern. Und zwar nicht nur, was die am Arbeitsplatz tun oder lassen, sondern was die sonst noch im Leben interessiert, wird das sehr interessant. Und wir haben hier die Heidi, der Kurt, der Gemütliche, seit 30 Jahren in der Buchhaltung und Controlling oder der Jonas, ein Absolvent möglicherweise eines Studiums, der jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestiegen ist. Und überlegen Sie mal, wie wirkt ein Zuschlagskriterium oder eine Anforderung? Bitte schaut, dass Ihre Software eine Tassenkombination, über eine Tassenkombination verfügt, die mir einen Hilfetext zeigt. Für den Kurt mag das okay sein, aber wenn der junge Mann Jonas nicht weiterkommt, der drückt nicht F1, was tut der? Der wird YouTube anwählen und wird einen schlauen Begriff eingeben und der will da einen Film. Also da habe ich irgendwo ein Dissens. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt, es wird wahrscheinlich nicht in einem Tag möglich sein, Mirko, da übe ich noch, aber wenn es uns zu diesem Zeitpunkt gelingt, uns in die künftigen Nutzerinnen und Nutzer zu versetzen, dann kommen eben viel passgenauere, zielgenauere Aussagen raus. Ich gehe auf ein paar weitere Ideen ein, die sich in der Praxis gut bewähren. Das ist ja das Schöne am Design Thinking. Es gibt keine festen Regeln. Jeder tut das, was ihn am meisten nutzt. Es ist nicht Chaos. Eine gute Geschichte, dass eben dieser Ball dann ins Körbchen wandert oder fliegt, ist diese IOU-Geschichte. A für Activities, E für Environment, I für Interactions, Objects und User. Ich wiederhole mich, es ist mir schon bewusst. Activities, ich will eine Übersicht, was passiert jetzt genau alles. Ich muss den So-Zustand verstehen. Wenn ich das Ziel sehe, wenn ich den So-Zustand verstanden habe und ich sehe, dass ich gar nichts gewinne, dass es sich gar nicht lohnt, dahin zu gehen, dann habe ich viel Geld gespart und Zeit unter Umständen. Wenn ich das aber genau beschreiben kann, dann ist schon ein grosser Schritt im Bereich der Umsetzung gedacht. Environment, da geht es natürlich um mögliche Betriebsthemen, da geht es um Systemumfeld, um Umgebungen, eher technischer Art in unserem Beispiel. Interactions, die allseits wenig geliebten Schnittstellen, wie interagieren die Systeme miteinander, wie aber auch die Menschen. Ich zeichne das auf. Wie sind die Datenflüsse? Die Objects, da geht es durchaus auch um Eingabedevices, da geht es eigentlich um, möglicherweise auch um Ausgabe, Hardware, möglicherweise um Archivierung von Daten und User ist relativ klar. Wer arbeitet mit dem Teil? Und wer beeinflusst wen bei der Arbeit in diesen Dingen? Ich dehne das aus. Ich mache da eigentlich eine grosse Geschichte darauf. A-E-I-O-U ist auch gut in der Design Thinking Literatur verankert. Es gibt viele Beispiele, ich habe es selber jetzt angewendet. und kann dann auch, da komme ich noch dazu, wie das auch visualisiert werden kann, beispielsweise im Mirko Canvas, wie wir gelernt haben. Es gibt weitere Ideen, es wird einem fast ein bisschen schwindlig, wie dieses kleine Flip darstellen soll. Neat-Finding. Das sind vor allem Interviews. Neat-Finding sind W-Fragen, offene Fragen, die ich mögliche Benutzer und Benutzerinnen befrage. Nicht schriftlich, persönlich. Wir kennen alle das Eisberg-Modell. Wir geben auch nonverbal etwas preis. Dann gibt es die ganzen Storytelling-Geschichten. Geschichten bringen Emotionen an die Oberfläche. Wenn ich emotional bin, dann sage ich vielleicht etwas, was ich nicht in eine Excel-Tabelle als Anforderung 132 reinschreibe. Es gibt die Idee von Brainstorming, Brainwriting. Brainwriting ist eigentlich eine Weiterentwicklung. Da gibt es einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin, die seine Ideen dann den weiteren gibt zur Bewertung über alle Hierarchien weg. Bitte nicht mehr in Hierarchien denken. Ich darf es nicht schreiben, die Chefin wird es dann durchstreichen. Vergessen wir das zu diesem Moment. Framing oder Reframing, ich sage da jeweils das Gute vom Schlechten oder umgekehrt. Da hilft es mir dann eben vielleicht zu sehen, dass ein Legacy-System trotzdem noch Sinn macht. Dass ich eben jede Menge gute Leute finde, die in diesen Produkten fit sind oder eben genau nicht. Das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man Anforderungen, Erhebungen auf etwas andere Art, möglicherweise eben Design-Thinking unterstützt, machen kann. Ja, Sie interessiert möglicherweise, wie, was ist dann das Endprodukt. Ein tolles Endprodukt hat uns Mirko vorgestellt mit dem Business Canvas, dem Lean Canvas. Ich habe schon etwas Werbung jetzt für ihn gemacht. Es gibt auch jemand, hat mal, da war ich nicht selber drauf gekommen, ein Storyboard geschrieben. Ein Storyboard ist eigentlich ein Drehbuch und heute die Frau Regularitz hat vom Locarno Festival gesprochen, ich war letzte Woche selber da. Ein Drehbuch ist eine ganz spannende Sache, liess sich irgendwie leichter und da können wirklich Anforderungen als Drehbuch geschrieben werden. Wir können aber auch die Aussagen, die wir erhoben haben, filmen, in Videos. Wir können Prototypen, wir können aber durchaus und jetzt komme ich wieder in unsere Geschäftsbereiche mit Business Process Modeling Notation können wir das aufzeichnen, sehr präzise mit Flowcharts, Workflows. Wir können eine eigene Website machen. Ich habe eine riesen Sammlung von Dokumenten und ich finde nie alles und richtig und ich habe jetzt gerade in diesen ruhigen Zeiten den Sommer durch ein eigenes Wiki gebaut, ganz einfach, einfach mal begonnen und ich bin total begeistert und so kann ich eigentlich meine Anforderungen darstellen. Kostet mich neun Stutz pro Monat irgendwo, es kommt aus der Bildungsecke raus, tolle Geschichte. Open Source natürlich, ich kann viele Modelle nehmen. Ich habe Collagentechnik und auch schon die gehörte Customer Journey, die möglich sind. Ja, somit komme ich zu meinem Schluss, Punktlandung zeitlich. mit Design Thinking wird die Anforderungserhebung in den Dienst des Projektes gestellt, also nicht als einzelne losgelöste Disziplin. Bitte keine Beschaffung um der Beschaffung willen in Zukunft und auch heute nicht und bitte kompromisslose Orientierung an den Nutzerinnen, an Menschen und an der Aufgabe, die ihnen gestellt ist. Somit sage ich die Zukunft der IT-Beschaffung, die wird definitiv bunter. Danke, ich hatte den Eindruck, Sie waren sehr aufmerksam. Dann haben wir noch Zeit für ein paar aufmerksame Fragen. Ja. Florian Niefenecker Wachsas, ich befasse mich auch sehr intensiv mit dieser Thematik, weil ich frage mich, wie passt denn jetzt so ein agiles Vorgehen, dieses ganze Design Thinking in das bestehende Beschaffungswesen, das ja dann meistens erst in der Umsetzung ansetzt oder auch letzte Woche ist mir eine Ausschreibung auf den Tisch gekommen, wo Sie dann einen Prototypen verlangten, basierend auf Ihren Spezifikationen und da habe ich mich gefragt, es wurde irgendwie nicht verstanden, wie viel schon vorher im Prozess drinsteckt, um zu diesen Prototypen zu gelangen, all diese Validierungen, also wie gehen Sie damit um? Vielen Dank für die Frage, also da dürfen Sie sicher auch ein bisschen Selbstmarketing betreiben, Sie dürfen wirklich das offenlegen, was alles schon an Geist und Kopf und Ideen und Kreativität eingeflossen sind, was Sie bisher schon vorlegen können. Also ich denke, ich habe eigentlich für mich persönlich den Entscheid getroffen, sehr, sehr zu einem frühen Zeitpunkt sehr viel offen zu legen. Also es ist interessant, ich bin jetzt mit Julia und Wolfgang an einem Angebot und wir haben gerade gestern, ich kam auch aus den Ferien zurück, darüber gesprochen, wollen wir der Stelle, die da angefragt hat, unsere ganze Kalkulation offenlegen. Wir tun es, die sehen, was wir jetzt bereits zusammen herausgeknobelt haben und alles gemacht haben, wie es halt dann ankommt, das kann ich nicht sagen, aber es braucht Mut, Mut tut gut in dem Sinne. Ich muss einfach noch ganz kurz präzisieren, es geht eigentlich mehr darum, es geht weniger um die Offenlegung, sondern darum, dass in diesem Ausschreibungsprozess gar kein Budget noch Zeit dafür vorgesehen war, sondern Sie das dann einfach erwartet haben als Lieferergebnis, das war eigentlich ein unglaublicher Aufwand, wenn man das richtig betreiben möchte, dass es genau Benutzer ausgerechnet ist, aber Sie möchten dann eigentlich nur noch das Lieferergebnis haben, oder? Das ist mehr das Problem. Ich verstehe Ihre Frage, ich denke, das geht dann eher eben in die Richtung, was wir heute schon gehört haben vom Dialog, wo in Zukunft vielleicht möglich ist, Teile der Aufwendungen in Rechnung zu stellen und da kommt halt einfach der Appell von mir, sprechen Sie das zu Beginn an, ich brauche etwas, um diese Vorleistungen zu erbringen, sind Sie bereit, mir zumindest ein Teil und das ist dann auch wieder ein Teil der Verhandlung Weise, okay, wenn ich dann mal den Zuschlag habe, lasse ich das halt sein. Aber das sind Möglichkeiten, die nicht eigentlich jetzt mit Anforderungserhebung direkt zu tun haben, sondern eher dann im Bereich Dialog, Vorleistungen, wie organisiere ich so eine Beschaffung. Aber ich bin gerne noch zum bilateralen Gespräch auch bereit. Sehr gute Überleitung. Wir haben noch kurz vor dem Mittag ein Angebot von der Lean Hiles Cram der Swiss ICT. Wir haben mal mit einem Leitfaden angefangen, der ist immer noch nicht fertig, weil der Praxiserprobung Teil davon fehlt. Und wir suchen eigentlich eine Beschaffungsstelle, die ein konkretes Vorhaben, das sie gerne agil ausschreiben möchte, mit uns zusammen als Referenz Case erarbeitet. Und wir bieten an, dass wir da etwas investieren, dass wir zu so einem Case kommen, wo wir wirklich zeigen, gerade das, wo wir heute gelernt haben, wie man mit Agilität weniger in die Tiefe geht, bei der Ausschreibung, wie man das gestalten kann. Wir haben Praxiserfahrungen, wo man das in der Industrie eigentlich sehr gut umsetzen konnte. Und ja, wir stehen eigentlich da zur Verfügung. Und ja, jetzt vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Applaus Applaus